ja moin leute willkommen zu einem wieder seit langem wieder so einem kleinen video es ist ein twitch stream information ich überlege mal was ihr was ihr mitmachen ob ihr vielleicht im streamer interesse habt kurz reinzuschauen und jason ist on und game schreibt ja und ja im twitch stream könnt ihr euch vorstellen was wir heute machen werden zwar vielleicht wird es wieder ein stream wie alle anderen wahrscheinlich aber auch nicht und 22 uhr timer wird noch nicht gestellt geht auf instagram gibt jason christiansen die sie und jt ist der name da erfahrt ihr jedes mal mit dem bild wann ich schlecht bin und so und ja dann würde ich echt sagen das was mit den kurzen informationen ich weiß das war jetzt nicht so viel aber wir werden nachher ja warfender streamen wahrscheinlich kommt nächste woche freitag morgen kommt blattbohren ja wir werden dann auch plattbohren streamen in jeden tag mal plattbohren jeden samstag machen wir jetzt blattbohren die in freitag kommt warfender manchmal kommt auch sonntags mal so ein kleiner 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 morgen stream so eine stunde oder so kommt nicht jeden sonntag wahrscheinlich kommt es kommt morgen mehr wahrscheinlich kommt sonntag einer wahrscheinlich aber auch nicht so dann sehen wir uns in der nächsten folge bis bald und tschüss